Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz, ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich halte typischerweise eher überblicksartige Vorträge zur Stadtentwicklung in Wien oder ich darf in Wien auch die Smart City Strategie koordinieren. Das ist insofern auch für mich ein Neuland. Und hineingerutscht bin ich da vermutlich mit der unvorsichtigen Aussage, dass etwas überhöht ist oder zugespitzt ist, aber dass die Donauinsel eigentlich mit zu den prägendsten, um nicht zu sagen intelligentesten städtebaulichen Interventionen in Wien der Nachkriegszeit zählt. Jetzt könnte man da noch einige weitere hinzufügen vom U-Bahn-Netz etc. Aber die Donauinsel ist jedenfalls hier ganz, ganz vorne zu nennen. Worüber möchte ich sprechen in den nächsten Minuten? Ihnen einfach ein Gefühl geben, wie ist es zu dieser Situation, zu dieser räumlich-topografischen Situation gekommen? Wie war die Entwicklung über die Zeit? Was war eigentlich sozusagen die Grundgedanken hinter dem Ganzen? Wie hat sich das entwickelt? Wie waren die Planungsvorgänge und welche Funktion hat die Donauinsel heute? Und freue mich dann schon darauf, dass der Kollege Walden das Ganze dann vertieft, was so quasi das Donauinselfest anlag. Ich möchte aber auch etwas Persönliches vorweg schicken. Für mich ist die Donauinsel oder die neue Donau auch einfach ein persönlich bezogener Ort meines Lebens. Es gibt so gut wie keinen Tag, wo ich nicht in irgendeiner Form auf der Donauinsel bin oder die Donauinsel überquere. Diesen Genuss, ich möchte den Begriff Schicksal vermeiden, teile ich mit vielen Bewohnerinnen, wie man in Wien so schön sagt, von Transdanubien. Auch das könnte man jetzt noch einmal diskutieren. Diesen Begriff, was ist diesseits, was ist jenseits? Aber vielleicht auch das eine launige Bemerkung der Transdanubier, die sich eigentlich als Zistanubier fühlen. Wir sind der Bereich in Wien, der von den Römern nie erobert wurde. Wie wiederum die Diesseitigen sagen, das merkt man vielleicht an den Umgangsformen. Ich hoffe, so schlimm ist das nicht. Was Sie hier sehen, ist die unregulierte Donau. Das ist eine Aufnahme, die dieose finnischen Landesaufnahme aus dem 18. Jahrhundert. Was da, finde ich, sehr schön zu sehen ist, die Donau als meandrierenden Bifurkationstyp vom Fluss her. Das sogenannte Donaukanal war historisch einfach der der Stadt am nächsten gelegene Donauarm. Was an dieser Aufnahme auch ganz schön sichtbar wird, wie es dazu kommen konnte, dass Österreich vor rund 200 Jahren, zumindest in der Geschichtsschreibung der Österreicher, einen Sieg über die napoleonische Armee errungen hat. Ich habe das einmal mit Franzosen diskutiert. Bei denen ist diese Schlacht so nicht bekannt, sondern die haben in ihren Annalen die Schlacht, die drei Tage später stattgefunden hat und wo Napoleon wieder die Kräfteverhältnisse hergestellt hat. Wie ist es zu diesem Sieg gekommen? Na ganz einfach. Napoleon hat es nicht geschafft, den Großteil seiner Truppen über die hochwasserfüllende Donau zu bringen, was angesichts dieses Bildes irgendwie verständlich ist, wie sowas passieren kann. Und da hatten die Österreicher dann eine vergleichsweise bessere Chance. Was an diesem Bild schon klar war, ist, dass die Donau hier sozusagen ein sehr schwer zu beherrschendes Flusssystem war, dass damit natürlich auch die Situation Wiens immer wieder von Hochwasser geprägt war. Selbst das Römerlager Wien-Tobona hat sozusagen ein Eck, also wenn man sich die ursprünglich idealtypische Ausprägung hernimmt, schon im Lauf des Bestandes so quasi das nordwestliche Eck auch durch ein Hochwasser verloren, das sozusagen in die Donau abgerutscht ist, wenn man so will. Das ist eine andere Aufnahme, die sozusagen das Ganze etwas romantischer zeigt, aber einen ganz guten Eindruck davon gibt, wie wir uns dieses System vorzustellen haben. Im 19. Jahrhundert wurde die Donau reguliert. Sie sehen hier einen Blick vom Leopoldsberg über den Nussberg, also vom Westen der Stadt in südöstliche Richtung. Und was Sie hier bereits sehen ist, dass die Donauinsel und die neue Donau nicht mit der Regulierung der Donau mitgebaut wurden, sondern da gab es eben auf der Seite des 21. und 22. Bezirks das sogenannte Innotationsgebiet oder eben auch bewusst das Überschwemmungsgebiet. Das ist eine zweite Aufnahme, die das noch einmal sehr schön zeigt. Das Innotationsgebiet ist durchaus auch sozusagen war einer der rauen Orte Wiens, einer der wilden Orte, auch der ungeregelten Orte, auch der ungeregelten Orte der Freizeitbeschäftigung und Betätigung. Und ich sehe das durchaus positiv. Manches von dem konnten wir in die Gegenwart auch der Donauinsel rüber retten. Also des Unfertigen, des Ungeplanten, auch des Bedeutungsoffenen. Die Hochwässer hatten aber weiterhin eine hohe Bedeutung für Wien. Das zeigte etwa ein Hochwasser in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also die Konklusion war, der Hochwasserschutz durch die Regulierung der Donau war für Wien nicht ausreichend. Das zeigt beispielsweise die Situation 1975. Sie sehen hier noch die alte Reichsbrücke, die ein Jahr später bekanntermaßen eingestürzt ist. Und Sie sehen hier sozusagen sehr anschaulich, das ist nicht die Art von Hochwasserschutz, die Wien benötigt hat. Insofern wurde ein Prozess in Gang gesetzt, ein Hochwasserschutzprojekt aufzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon einmal die wesentliche Botschaft. Die neue Donau und die Donauinsel, so wie wir sie heute vorfinden, ist das Ergebnis der Überlegungen zu einem Hochwasserschutzprojekt. Es wurde in den 70er Jahren mit den Bauarbeiten begonnen und hat dann einen städtebaulichen Wettbewerb gegeben. Ich würde jetzt nicht auf die Details eingehen. Das Relevante war aber im Prinzip, und auf das komme ich dann noch und das wiederhole ich jetzt, weil es einfach bemerkenswert ist, dass die Gestaltung der Donauinsel in der Errichtung verändert wurde. Also, dass in der Errichtung aus dem ursprünglichen Hochwasserschutzprojekt dann ein Hochwasserschutz- und Freizeitprojekt gestaltet wurde. Sie werden das nicht lesen können. Ich habe das eher angefertigt, da ich davon ausgehe, dass Sie die Unterlagen mitbekommen. Das zeigt sinngemäß die Ablaufphasen. Ich will da jetzt nicht darauf weiter eingehen. Das zeigt aus dem Wettbewerb heraus die unterschiedlichsten Zugänge, die die Projektanten gefunden haben. Vielleicht hier gleich ein Literaturtippe, steht auch unten. Einen Guteil meiner Weisheiten beziehe ich aus dem Buch das Wiener Modell, publiziert im Jahr 1985, ist nur mehr antiquarisch erhältlich. Wenn Sie es wo finden, zugreifen. Also das hat sozusagen höchsten Lehr- und Informationswert. Was glaube ich ganz interessant ist, es wurde dann eigentlich mit dem Wiener Modell ein idealtypischer Ablauf gefunden, wie man in so einer komplexen Situation eine Planung erfolgreich durchführen kann. Dieses System wurde dann bei den Gürtelplanungen in einer adaptierten Form noch einmal angewendet und dient in meinen Augen bis heute als Basis für eine dialogorientierte Planung aus einer berateten Jury, aus einer Projektleitstelle in der Verwaltung, wo das Ministerium einbezogen war, aus Planungsteams, aus beratenden Expertinnen. Sie sehen das hier dargestellt. Auch da fehlt die Zeit, im Detail darauf einzugehen. Die Konklusio ist, das war keine Planung aus dem stillen Kämmerchen oder aus dem Elfenbeinturm. Heute würde man sagen, das war eigentlich ein sehr elaboriertes, kooperatives Verfahren, das hier durchgeführt wurde. Und die Grundität des Gesamten war dann, die ursprünglich rein hochwassertechnisch konzipierten Regelprofile so zu adaptieren, dass sie für eine Sport- und Erholungsnutzung sinnvoll nutzbar sind. Sie erkennen das auch heute noch, wenn Sie die Donauinsel besuchen oder die neue Donau, dann werden Sie feststellen, dass am Nord- und am Südende der Donauinsel das Ganze einen sehr stark hochwassertechnischen Schutzcharakter aufweist, wenig noch für die Erholung geplant und konzipiert ist. Und je näher zur Mitte, also das waren auch die Teile, die am Schluss errichtet wurden, desto stärker ist hier auf eine Freizeit- und Erholungsnutzung Bezug genommen worden, desto naturnäher, desto weniger technisch fällt das Bauwerk heute auf. Das ist das, was ich bereits gesagt habe. Wir finden im Nordteil heute eine sehr extensive Nutzung vor. Wir haben im Mittelteil die intensive Freizeit-Nutzung, das ist im Prinzip auch der Teil im nördlichen Bereich, wo das Donauinselfest stattfindet. Und wir haben im Südteil wieder die extensivere Nutzung, auch mit hohen Qualitäten naturräumlicher Art. Die Dimensionen sind bereits erwähnt worden, einen Halbmarathon lang. Sozusagen die Donauinsel selbst oder die neue Donau einer Breite von rund 200 Meter, einer Wasserfläche von rund 420 Hektar. Was man nicht vergessen darf, es ist nach wie vor ein Hochwasserschutzprojekt. Und das nicht uninteressante dabei ist, zum Zeitraum der Errichtung ist ja die Stadt Wien stärkstens kritisiert worden dafür. Was ist das für eine Art einer Planung? Braucht man das überhaupt? Wieso kostet das so viel? Das Hochwasser im Jahr 2003, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, hat allein in Niederösterreich in Summe mehr Schäden angerichtet, als die Errichtung der Donauinsel und des Hochwasserschutzes überhaupt gekostet hat. Es hat dann wenige Jahre später schon das nächste schwere Hochwasser gegeben. Also wir haben dort innerhalb von zehn Jahren dann zwei mehrtausendjährige Hochwässer in Wien zu verzeichnen gehabt. Neben der Hochwasserschutzfunktion, die natürlich nach wie vor und uneingeschränkt gegeben und notwendig ist, ist die Donauinsel heute eine Freizeiteinrichtung. Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie finden und insofern natürlich auch eine Sporteinrichtung. Und zwar denke ich im Sinne meiner Vorredner, die ich nicht hören konnte, eine höchst moderne Sporteinrichtung. Ja, weil sie eine Sporteinrichtung im Sinne einer Mehrfachnutzung ist, wie bereits erwähnt. Und in meinen Augen auch sehr urban, weil die Mehrfachnutzung erfordert ein Aufeinanderrücksicht nehmen. Also wir haben da keine Radrennfahrerrennbahn und wir haben auch keine Läuferstrecke und wir haben auch keinen Bereich, der jetzt besonderen Gruppen exklusiv vorbehalten wäre. Es ist urban, es ist städtisch. Man muss es ausmachen, wie man miteinander umgeht. Das funktioniert aber eigentlich sehr, sehr gut. Und sie finden alles dort einfach, auf dieser Fläche hat viel, viel Platz. Vom Yoga bis zum Grillen, vom Bootfahren bis zum Segeln, bis hin zum Kajaksport. Ich sage das auch aus meiner Sicht, da machen wir jetzt vermutlich keine Freunde. Das sind die Einrichtungen, die ich durchaus auch ein Stück weit kritisch sehe, weil das weniger offene Nutzungen sind und durchaus die Donauinsel in ihrem Querschnitt sehr stark in Beschlag nehmen. Andererseits, ich bin Stadtplaner und muss insofern nicht sagen, wir leben in einer Welt, da ziehen Widersprüche. Da muss man manches zulassen, was man vielleicht nicht ganz so toll findet. Insbesondere aber im Sommer, und das hat eine zunehmende Bedeutung, ist das natürlich ein Paradies zum Baden. Ich würde jetzt gar nicht die Klimaschutzthematik strapazieren, wiewohl wir uns erheblich intensiver damit auseinandersetzen müssen. Die ganze Welt wird heißer, auch Wien wird heißer, der Klimawandel ist nicht was in der Zukunft sein. Das ist etwas, das es bei uns schon längst gibt. Eine umso höhere Bedeutung hat natürlich auch dieser Bereich als Frischluftschneise, aber insbesondere als Möglichkeit, hier einfach rasch baden zu können. Heute natürlich die Gastronomiefunktion. Ich verweise darauf, dass etwa im Ressort der Umweltstaaträtin, wo auch die MA45, also die für die Betreuung zuständig ist, ganz intensive und erfolgreiche Bemühungen gestartet wurden, diesen Bereich der sogenannten früher Copa Cacana, nunmehr Copa Beach aufzuwerten, anders zu gestalten. Das Vorfeld der Donau City. Wichtig aus heutiger Sicht, und das ist nur angerissen, weil der Kollege Walder wird das dann hinter mir, also nach mir noch im Detail darstellen, das Donauinselfest, sozusagen auch das, klare Wiener Institution, wenn es das nicht gäbe, würde man es irgendwo sehr finden müssen, neu. Wichtig, das Ganze ist infrastrukturell bestens angebunden. Was heißt infrastrukturell für Wien im Verkehr? Es muss im ÖV sein. Im Autoverkehr ist es schlecht angebunden, ist aber auch nicht notwendig. Wir haben drei querente U-Bahnlinien, wir haben zwei Schnellbahnlinien, das Queren perfekt angebunden und deshalb natürlich auch von zigtausenden Wienerinnen an den warmen Tagen genutzt, aber es ist etwa auch ein Bildungsstandort, man möchte es nicht glauben, ob man das jetzt noch einmal machen würde, ist eine zweite Frage, aber wir haben hier etwa ein Schulschiff mit einem Gymnasium. Ich bin damit schon am Ende, möchte noch einmal eine Konklusio ziehen, was sind Lehren, die wir daraus ziehen können. Wenn Dinge, wenn Infrastrukturen geplant werden, ausreichend Zeit darauf verwenden, einfach die Mehrwerte, die Mehrfachnutzen mitzudenken. Ja, keine One-Trick-Bonus generieren. Was ist an Zusatznutzen möglich? Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die man für viele andere, gerade auch Sporteinrichtungen, gerade auch Bildungseinrichtungen ziehen kann, da ist die Donauinsel ein idealtypischer Fall. Eine zweite Lehre, die man aus dem Projekt Donauinsel ziehen kann, es ist nie zu spät, aufgeben tut man im besten Fall seinen Brief. Hier wurde zu bauen begonnen, aber engagierte Planerinnen und Planer, engagierte Akteure in der Stadtverwaltung haben einfach hier noch einmal das Ruder herumgerissen und haben aus der Donauinsel, aus dem neuen Donau das gemacht, was sie heute ist. Es ist ein Herzensanliegen, glaube ich, der Wienerinnen und Wiener, dass das so bleibt, wie es ist. Deshalb auch für die Zukunft bezogen. Solange ich in meiner Funktion bin, aber da gibt es viele andere Mitstreiter, wir werden darum kämpfen, dass die Donauinsel und die neue Donau diese Bedeutungsoffenheit behält, die sie heute hat. Es ist zuweilen ein harter Kampf, weil da wird permanent dran genagt. Da gibt es tagtäglich lauter gute Ideen, was man hier alles machen könnte und dort unterbringen könnte. Meine Grundaussage dazu lautet einfach nein. Bitte lassen wir das Ding in Ruhe. Wir brauchen es auch in Zukunft in dieser Form, in der wir es heute haben. Und meine letzte Aussage, nachdem ich als Smart City koordiniere und ständig mit der Frage berechtigten Frage konfrontiert bin, was soll denn das um Himmels Willen überhaupt sein? Unsere Antwort dann immer ist, smart ist in Wien nicht primär das, was Strom verbraucht und blinkt, sondern ist intelligentes Handeln, in dem Sinne ist das ein Klassiker für intelligentes Handeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.